Wenn Superfrucht auf Ski-Superstar trifft, heißt es volle Kraft voraus. Auch die österreichische Olympiasiegerin und Markenbotschafterin der Rauch-Premium-Marke Happy Day, Anna Veith, ist Fan der drei neuen Superfruit-Sorten. Bei einem exklusiven Fotoshooting im 25-Hours-Hotel in Wien setzt Rauch die Spitzensportlerin gemeinsam mit den neuen fruchtigen Power-Paketen in Szene und ermöglicht ihren Fans ein Meet & Greet. Ich bin heute in der Juice Bar bei Rauch und wir haben mit den Gewinnern vom Rauch-Gewinnspiel. Vorher haben wir uns ganz nett unterhalten und dann haben wir einige Säfte miteinander gepresst. Immer öfter, sage ich mal. Es ist doch wichtig, dass man sich gesund ernährt, wenn man Sportler ist. Da sind direkte Vitamine aus frischen Früchten sehr wertvoll und deswegen mache ich das schon immer öfter. Ab Mai 2018 ist das Resultat auf ausgewählten und prominenten Plakatwänden Deutschlands und Österreich zu sehen. Die aktuell abgelichtete Happy Day-Kampagne mit Anna und dem Superbären-Trio im modernen und trendigen 25-Hours-Hotel bringt wieder großartige Aufnahmen hervor. Ich bin ein bisschen ein Saft-Junkie, muss ich sagen, weil das einfach sehr viel, sehr schnell gesunden Zucker zuführt und im Sport es einfach immer wieder nötig ist. Und deswegen bin ich einfach extrem froh, dass wir jetzt die neuen Superfruit-Säfte entwickelt haben, weil die sind einfach extrem lecker und es bringt mehr weiter. Und deswegen finde ich das super, dass man das so schnell nachher auch wieder umsetzen kann. Die Hauptrolle spielen neben der charmanten Markenbotschafterin die drei neuen Happy Day-Superfruits. Die drei Sorten passen perfekt zum aktuellen Zeitgeist und zu den gegenwärtigen Konsumentenbedürfnissen nach qualitativ hochwertigen Superfood-Produkten. Aber nicht nur die farbenfrohen Verpackungen des neuen Sortiments sind der Blickfang der Bilder, sondern auch Anna Veits Outfit. Denn die Happy Day-Fans dürfen auf den Social-Media-Kanälen von Rauch über das Design ihres Oberteils abstimmen, welches sie beim Shooting trägt. Mein Style, also ich komme jetzt glaube ich nicht so auf den Allgemeinen. Also ich bin natürlich in meiner Sportwelt immer sehr sportlich unterwegs, aber ich genieße es schon, wenn man dann die Möglichkeit hat, einmal zum Beispiel in eine Gala zu gehen und einfach sich einmal zu verwandeln und sich einmal wirklich außerzuputzen. Oder wenn man ein Fotoshooting hat, dass man das einfach einmal sieht, was alles möglich ist und welche Facetten, das man eigentlich hat. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Deswegen tragen wir eigentlich solche Tage wie heute immer besonders. Außerdem konnten die Fans noch einen besonderen Preis ergattern. Acht glückliche Gewinner übernachten nicht nur im 25-Hour-Hotel, sondern genossen auch noch ein gesundes Frühstück mit Anna in der Rauch-Juice-Bar. Also mein Frühstück schaut normalerweise eher einweißreich aus. Weil vor allem Sport es sehr wichtig ist, dass man viel Eiweiß zu sich nimmt. Das heißt jeden Tag mindestens ein Ei. Aber natürlich probiere ich auch viel frischer reinzukriegen im Müsli, damit das alles ein bisschen an Geschmack gewinnt. Und deswegen sind Vitamine einfach sehr wichtig und ich achte einfach auf das, dass ich mich sehr vitaminreich und eiweißreich ernähre. Anschließend ging es dann zum professionellen Fotoshooting inklusive Hair- und Make-up-Artist, bei dem die Gewinnerin in die Rolle als Fruchtstar schlüpfen und sich im Szenario der Happy-Day-Welt auf lebendige und vielfältige Weise vor der Kamera austoben konnten.